Ach ja, der gute Sonnenaufgang. Ich liebe es hier echt zu stehen hier. Vorige Folge sind wir hier irgendwie unten gestanden. Jetzt stehen wir hier oben. Also immerhin der gute Sonnenaufgang. Obwohl er nicht mehr aufgeht, aber ja. Bei mir geht immer die Sonne auf, ja. Ja, wie kommt unser Neuenfolger? Minecraft Scarlet hier. Ja, genau. Zur guten alten 10. Folge schon. Das sind relativ weit schon. 10 Folgen. Und ja, der hier neu dabei ist, wer gerade neu eingeschaltet hat. Rechts oben beim E-Playlist unbedingt auschecken. Hier, dass ihr alle Videos jetzt checkt. Also alle Videos abcheckt. Und alle Videos seht. Das versteht ihr manches von hier dem Projekt nicht. Und unbedingt abonnieren und ein Like da lassen. Es fängt gerade an zu regnen, wenn ich gerade hier meine Ansage mache. Und ja, abonnieren, Glocke aktivieren und Like da lassen. Das hier, ähm, nichts verpasst hier mehr von Scarlet. Wenn ihr Scarlet mögt. Ich mag Scarlet wirklich. Hier regnet es gerade. Kriegt das durch das Glas durch? Ich glaube schon, oder? Dann geh ich hier mal schlafen. Ich kann ohne Sleep at Night. Ah! Warum ist genau jetzt schlechtes Wetter? Ja, äh, genau. Heute wollten wir es sagen, weil wir so viele Kommentare gekriegt haben. Weil ich so viele Kommentare gekriegt habe. Äh, sollst du mal in den komischen, äh, Zauberwald gehen? Ja, geh in den Zauberwald. Hab ich die ganze Zeit gekriegt hier. Also gehen wir heute in den Zauberwald. Oder, äh, Glühbirnenwald. Oder, äh, Glühbirnenwald. Oder, keine Ahnung, Klo-Steinwald. Ne, äh, genau wie der Wald hier ist da vorne. Also auf jeden Fall ist solche Kristalle oben. Solche Glowstones. Ähm, als ich mich frage. Ist der meine Helm? Bringt auch Licht? Kann man Licht machen? Okay, kann man nicht machen. Äh, äh, hätte ich mich auch schon gewundert. Oh, falscher Helm. Äh, so. Äh, hätte ich mich auch schon gewundert. Ähm, wäre das hier ein Dings gewesen. Alrighty. Ähm. Habe ich einen Sound von Regen ausgestellt? Kannst du sein? Ich habe nämlich keinen Regen hier. Äh. Ah, jetzt höre ich ihn. Hört ihr das? Warte. Hört ihr das? Das ist Regen. Ich finde es zu entspannend. Hört ihr das? Das ist richtig cool, okay. Ähm. So, jetzt soll ich mal die Lautstärke drunter. Alright. Ich finde den Regen hier richtig cool. Auch wenn das alles hier glänzt und abprallt. Und, äh, genau. Warum habe ich hier... Jetzt muss ich wieder zubauen. Nicht, dass das Ding hier ausbricht. Äh, genau. Vorige Folge haben wir hier, ähm, bei einem guten alten Meion hier hinter mir. Ähm, das ist ein neuer Shop hier. Der hat irgendwie aufgemacht. Es ist schon ein Supermarkt in der Art. Ich brauche die Dolphine. Äh, was ist das hier? Halt ich mit Dolphine? Äh, das ist hier wie ein Einkaufszentrum. Haben wir hier bemerkt. Und hier kann man alles welche kaufen. Äh, wer Folgefolge nicht gesehen hat. Unbedingt rechts oben. Bei einem I auschecking. Jomai. Und, äh, ja. Das verbindet der Titel. Verbindet das mit dem anderen Haus. Haben wir alle Folge hier ausgecheckt. Ausgecheckt Redinos. Ähm, so. Ähm. Die sind wir in der Neu Melone gewachsen. Neu Melone. Jomai. Ähm, so. Ich weiß nicht. Habt ihr irgendeinen Nutzen hier für den, äh, Dings hier? Für den, äh, Lavasee? Ich werde, ich könnte mir da nichts anfangen. Ich habe jetzt noch ein bisschen Stuff hier dabei. Äh, von voriger Folge. Da waren wir nicht. Auch beim Meteoriten. Ja, wie gesagt. Errichtung beim I auschecken. Und genau. Heute gehen wir nämlich hier zu den guten alten, einen Sauberwald. Zu den guten alten Sauberwald. Ich glaube, das ist, ist das Kloster? Ich glaube schon, oder? Oh, davon sind wieder Zombies. Witzige Zombies, die Momdi ist. Ähm, ja. Das ist, das ist ein Pilze. Kann ich nicht abbauen. Wow, okay, ich bin fast reingeflogen. Wuhu, das war ganz knapp. Was ist das? Was schaust du mich so anschweigen? Wohnt hier wer? Warte mal. Okay, ich würde am besten hier, oh, da wohnt auch wer? Am besten hier keine, keine Lautstärke, kann nicht ganz leise sein hier, ja. Finde ich, dass du mich, oh, wie schön das aussieht. Hallo? Ist hier wer zu Hause? Vitu? Ist das eine Hexe? Warte mal, ich. Hallo, Vitu? Bist du freundlich? Oh, lol. Okay, man kann mit dir reden. Ich glaube, das ist freundlich. Ähm, was sagst du hier? Vitu, ich bin, äh, ich bin, ich bin Vitu, die Waldhexe. Ich versuche es seit ein paar Jahren, mich wieder normal zu verwandeln. Lol, ich glaube, ich glaube, die ist irgendwie ein normaler Mensch gewesen, aber nachher ist irgendwie ein Zauber oder so, oder irgendwas. Ist ja auf sie gegangen. Was kann ich für dich machen? Äh, kannst du, kannst du mir beim Aufbau eines Dorfes helfen? Musst du das erste einmal, äh, das einfach mal das zerstörte Haus wieder aufbauen. Okay, ciao. Okay, Vitu. Ähm, Regen, ist ein bisschen nervig gerade. Was ist das hier? Ist es verschiedenes Holz? Tatsache, das ist verschiedenes, nee, oder? Sieht nur verschieden aus. Ich sag mal ein bisschen Dings, ich hoffe, der Baum fliegt dir nicht auf dein Haus. Es wird schon nicht passieren, Leute. Ähm, alrighty, so. Ist es verschiedenes Holz, oder? Ja doch, Tatsache, das ist verschiedenes Holz. Oh, oh. Aber ich glaube, das ist Bruce Woods hier. Das heißt, ähm, ich baue das immer alles ab. Ich glaube, so bonzig wie drüben. Wie das andere Haus, das hier steht. Äh, ja, dann baue ich das hier schnell wieder auf. Aber was? Mich verwandeln, was er gesagt hat. Oder die, ich weiß nicht, ob es ein, wie zu? Aber ich glaube, es ist eine D, eine Hexe. Alright, dann baue ich das schnell wieder auf. Bam, 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 so. Äh, bam, bam, so, alrighty, ähm, das Dach kann ich, glaube ich, nicht so gut nachstellen, weil, hier ist nämlich, ähm, sind Blätter im Weg. Ähm, so, aber eigentlich, es geht ja ganz easy, schnell das Haus. Aber es ist so ein kleines Haus, oder? Einfach hier, so, easy, easy, ich bin ja der Meister-Bills-Profi, wie man es von mir erkennt, hier. Ähm, so, hier eine kleine Treppe. Hier vorne kommt noch noch, sowas hingleich, oder? Ah, das würde nicht auffallen, hier, wenn das hier so ist. Das würde nicht auffallen, hier. Alrighty, ähm, so, oh, ich brauche noch ein, Holz von dem hier. Da brauche ich auch noch ein bisschen, ein bisschen, ähm, ich glaube, der Baum fliegt nicht, aber ich glaube nicht, dass der Baum hier umfliegen kann, oder? Ich denke nicht. Oder? Hoffen wir es mal nicht. Keine Angst, ich schaue mir gleich die Kloster und Teile hier an. Was jetzt erst nämlich, ich habe nicht Angst, dass die mich irgendwie killt oder so. Ist ja nicht, nicht zu toll. So, ähm, so, genau, äh, so, Gravel kann ich auch ein bisschen, ähm, besser platzieren hier, so. Oh, ich habe gerade bei einem, Dings, äh, Dings hier bekommen. Oh, Flint, äh, Flint ist hier, eigentlich nur Flint habe ich hier bekommen. Äh, so, Spruisy, Dory, die Dino, ähm, oh, ist das falsch, ja. Einen Boden mache ich, wenn dann gescheitert, So, 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 und, ähm, hier, oh, what is, oh, so, so, und, äh, ich glaube, ich muss hier gleich aufs Dach hier, warte, ich habe, okay, das habe ich noch nicht fertig gebaut, ja, bam, 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 so, äh, das Glas, das habe ich nicht, ja, äh, ja, das Glas habe ich nicht, also, lasse ich das mal ohne Glas hier, ich glaube, so, irgendwie, äh, bam, 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 oh, oh, jetzt bin ich runterflogen, ich glaube, irgendwie so, bam, bam, äh, ich glaube, eins wird da raus, oder? Doch, Tatsache, eins wird da raus hier, aber egal, Leute, das, psch, psch, das wird keinen auffallen, okay, äh, das hier, ähm, das ist ein bisschen komisch, äh, psch, das wird keinen auffallen, okay, wenn es keiner sagt hier, dann wird es ja auch keinen auffallen, ja, ähm, hoffentlich, nicht, dass ich nachher irgendwie, die, äh, Dings hier, die Hexe mich sofort nachher irgendwie verbannt, ich hoffe mal nicht, aber ich glaube nicht, dass ich mich irgendwie, verbannt, das würde gar nicht auffallen hier, hoffentlich, ich muss ein bisschen Blätter abbauen, das ist richtig nervig, aber Leute, die Blätter kann man nicht so schnell abbauen, wie die anderen, hab ich aber gerade einen Zapfler gekriegt, nice, that's nice, alrighty, so, bam, 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 und, äh, ja, psch, 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 das wird keinen auffallen, hier mit die Dings, so, das wird keinen auffallen, die, die Hexe hat ja nicht gesagt, äh, wie genau ich das aufbauen soll, sie hat aber nur gesagt, das kaputte Horsey wieder aufbauen, also von daher, es regnet immer noch, ist ein bisschen dumm, so, irgendwie wird es immer härter, der Regen, alright, immer ein, immer, Dings hier, immer nass am Boden, alright, der letzte Block hier, und, das passt schon irgendwie, ja, sieht ansatz, es ist so schein, es ist so dumm, Egal, 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 es ist so dumm, aber egal, äh, ein bisschen Fackel, Regenius, es hat drinnen auch Fackels, äh, es hat drinnen Fackels, hat drinnen Fackeln, ich baue jetzt mal zu, ich komme noch die, äh, Dings hier hin, Craften-Täbel lasse ich gleich da hier, aber ich brauche eh keinen, ist sowieso ein, neuen Crafter hier, komische Geräusche, okay, es war, gute alte V2, ähm, ich habe hier, ähm, okay, ich würde vielleicht, ich würde vielleicht hier nicht, äh, gute alte sagen, weil es ist hier, ähm, eine, eine Hexe, und ich würde es hier nicht bleiben, okay, äh, du hast Licht gehört, ja, ja, ähm, so, äh, wahrscheinlich hier, Mystical, Red, Red, Flowers, Fly the Row, äh, ja, ich habe dir jetzt das Haus wieder aufgebaut, ähm, ja, wenn du irgendwie nachher, vorbeischaust, irgendwie, äh, ja, das Haus, wollte ich mir noch anschauen hier, ja, das Haus ist richtig cool, so was können wir uns auch bauen, ich glaube Flo ganz ganz früher hier, hat er mal, ähm, auf seiner Singleplayer Welt, hat er mal hier, ähm, so, auch so ein richtig, also, so ein, äh, Pilz, Dorf schon gebaut, von den Schlümpfern, äh, haben wir auch so ein Pilzhaus, äh, so Pilzdorf, denn er richtig ist Dorf baut, so, ich weiß nicht, ob es so aufgenommen hat, aber ich glaube nicht, dass sie ihn aufgenommen hat, äh, so, genau das Kloster wollten wir uns noch anschauen, was glaube ich, den Klo-Stein, Arturo-Crystal, Arturo-Crystal natürlich, hm, kann ich mal mitnehmen, Arturo-Crystal, äh, ja, dann gehe ich wieder nach Hause hier, mache ich einen kleinen Weg, so, mein Haus, all righty, oh, ich kann hier nicht landen, so, gehe ich gleich mit meinem Geheimgang hier rein, weil, Geheimgang, keine Ahnung, ich bin doch fast, bin doch, oh lol, hier ist gerade ein, zwei Blätter sind gerade irgendwie, zerstört, äh, kaputt gegangen, zerstört gegangen, ähm, ich gehe gleich mit meinem Geheimgang rein, warum nicht hier, all right, ähm, dann gehe ich hier mal schnell schlafen, dass es wieder Tag wird, dann schaue ich, ob ich irgendwie vor meiner Tür oder so, äh, die, äh, Crystals hier anbringen kann, die Crystals, die Gissel, Dissals, die Dieseln, jobei, ich habe schon wieder Hunger hier, der Reader hat auch gerade Hunger, ich meine, dann kann ich das irgendwie anbringen hier, äh, so, 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 passt das, schaut es gut aus, ich weiß es nicht, ich glaube, das sieht nicht so gut aus, ja, 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 mein Charakter, ich weiß, dass du hier Hunger hast, jetzt gebe ich da auch was zum Essen, Giant Death Form Egg, soll ich meinen Giant Death Form Egg haben, äh, ich hoffe nur, äh, ich habe nur Angst, dass hier Knuffi angreift, ich mache es lieber nicht, äh, ja, so, ähm, es ist ein bisschen Melonies, Melonidonies, so, ähm, ich kann auch mal irgendwie schauen, dass irgendwie Flo hierherkommt, wenn ich schon bei den Melonies bin, dass irgendwie Flo meine Welt mal anschaut, äh, ich weiß es nicht, und, ja, keine Ahnung, wenn das Video irgendwie, keine Ahnung, sagen wir, 400 Likes kriegt oder so, oder 500, also liked unbedingt das Video, sagen wir jetzt 600 Likes, dann, äh, kommt irgendwann hier Flo mal zu mir in einer Folge, also in einer Folge, äh, dann, dass Flo hier mal auf die Welt kommt, dann sage ich Ihnen alles, und, ja, ihr könnt auch mal lasken, ein Abo da, äh, wenn hier, also 600 Likes, wie gesagt, äh, dass ihr Flo mal herkommt, auf dem Welt, das ist richtig cool hier, kann ich Flo hier alles zeigen, mein schönes Haus, mein Haus hier, die daus daus, so, ähm, genau, was wollte ich hier noch machen, ich glaube, ich kann noch in die Mine gehen, eventuell, äh, ja, ich gehe, glaube ich, noch kurz in die Mine, genau, ich wollte nämlich anschauen, hier auch noch, was hier, oder, warte, ich glaube, ich zünde das, äh, Deathworm Egg, zünde ich hier ein Dings, in der Mine, also, okay, hier habe ich auch, oh, ist Welt ladet, ich habe noch nicht angeschaut hier, was hier, äh, das für eine Flüssigkeit hier unten ist, habe ich Eisen, nee, aber ich kann dann weiter nach dir suchen, es geht ja immer hier, so, alright, was auch immer das für ein Dings ist, ich brauche halt auch Eisen, dann kann ich hier, ähm, ein Bucket machen, als ein Dings, Lars, was bist du? Topaz, habe ich gerade das Tops-Erz gefunden, Topaz? na, tatsache, ich glaube, ich habe gerade das Tops-Erz gefunden, äh, so einen Platz brauche ich nicht, äh, Saplings brauche ich nicht, äh, ich brauche nur Eisen hier, ich höre Lava, so, ähm, könnte ich hier gleich, ich nehme gleich alles Eisen mit, dann könnte ich hier gleich noch schauen, was es hier für ein, äh, Dings ist, für ein, wie heißt das, so ein, so ein Flüssigkeit, alright, so, ähm, muss ich kurz wegschmeißen, ein bisschen was, den Crafting Table craften, crafty death, death, äh, so, da mache ich, so, in Oven, over a Dino, da mache ich, äh, so, bam, 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 ich habe fast keine Kohle mehr, fällt mir da drauf, 1, 2, 3, so, äh, ich hoffe, das Dings ist hier schnell, was ist das Öl, ich habe irgendwie ein Öl ist das, oder, ich schwimme darin, ich kann schwimmen, ich komme sehr schwer wieder raus, ähm, ich fand heute kurz so schnell, dass die drei Eisen hier, die Schmolzen sehen, die drei Eisen, dann schaue ich hier, was das unten ist, scheint death form, soll ich mal, hallo death form, hallo, kommst du etwa nicht hoch, er ist tot, okay, ich kann auch ein little death form egg machen, oh lol, das ist richtig klein, der Dings, reißt du mich an, Alter, wächst er, ich glaube, der wächst, oder, egal, ich habe Angst, dass er mich killt, braucht den nächsten Mal hier, äh, ein Enchanting Table, das wärs, hier, einen, ein Enchanting Table, so, alright, bam, 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 okay, was ist das, doch, Tatsache, Öl ist das, okay, ich nehme das Öl immer mit, rauf hier, ich denke, warum nicht, ein Öl kann man, immer gebrauchen werden, äh, für den Alltag hier, ein bisschen Öl hier nachfüllen, äh, bei der Kettensäge, leider habe ich keine Kettensäge, aber, ja, keine Ahnung, weiß nicht, was man Öl gebrauchen kann, ich weiß es nicht, so, bam, 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 all right, so, ähm, bam, 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 ähm, hier kann ich Eisen wieder schmelzen, das kann ich schmelzen, hier kommt das ganze Wut, Wut, Wut ein, rein, rein, so, ähm, das Holz, wir pflanzen, Blue Meteor, genau, das haben wir auch noch gehabt, von dem Meteor, äh, so, das, wir müssen unbedingt den nächsten hier, die Chests, unbedingt irgendwie sortieren, so, bam, 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 ich sage es einfach ganz schnell ein, warte, wir haben einen eigenen Chest für Mob Drops, also von daher, kann ich das actually, hier gleich reingeben, mit der Form Cheating, kann ich das auch dinken, ich glaube, ich kann das auch schmelzen, stimmt's, kann ich das schmelzen, doch, ich kann das schmelzen, aber du spielst es irgendwie nicht, hä, ich weiß nicht, was es ist, all right, so, ähm, ein bisschen Eisenradio, all righty, so, dann noch, dann noch, so, ein bisschen sowas, und so, Hängeleiter kommt wieder runter, weiß ich, was wir mit der Öle machen sollen, mit dem Öle, die Döldöle, so, all righty, die Idee, ähm, was soll ich jetzt machen, hier, kommt es dann hier, das da hier, und, ähm, genau, eigentlich, wollten wir, heute, äh, eigentlich, war das, eigentlich schon für die Folge hier, all right, Kloster habe ich noch, weiß nicht, wo ich das hingeben soll, könnt ihr auch in die Kommentare schreiben, äh, wo ich das Kloster hier hingeben soll, und so, dann würde ich auch mal zeigen, das war es in der Folge, lasst ein Like, und unbedingt, wenn die Folge 600 Likes kriegt, dann spielt hier Flo auch mal mit, in den nächsten paar Folgen, also, äh, das, äh, also nicht, also er ist praktisch hier mal auf der Welt hier, quasi vielleicht ein Haus und so, also unbedingt 600 Likes, und, ähm, Flo ist dabei, also alle unbedingt liken hier das Windows sehen, und, äh, ja, also, ja, dann würde ich sagen, lasst Like ein Abba da, und, ähm, äh, unbedingt Glocke aktivieren, also, falls, falls ihr das Video hier 600 Likes kriegt, unbedingt Glocke aktivieren, dass ihr das Video mit Flo hier nicht, ähm, nicht seht, also, vergisst ihr zu ansehen hier, also unbedingt Like ein Abba da lassen, und Glocke aktivieren, äh, ganz, ganz wichtig, und, ja, lasst ein Like und ein Abba da, und, ciao!